Sie hören »Und nebenan warten die Sterne« von Laurie Nelson Spielman, aus dem amerikanischen Englisch von Andrea Fischer, gelesen von Eva Gossiewicz, ein Hörbuch des Argon Verlags. Finde in dir einen Ort der Freude, dann wird die Freude den Schmerz besiegen. Joseph Campbell Erika »Wenn dich etwas aufhält, bleib stehen«, das würde meine Mutter sagen. Wenn sie noch lebte, könnte ich ihr antworten, dass das im Moment nicht möglich sei. Meine Karriere nimmt gerade richtig Fahrt auf. Doch sie würde den Kopf schütteln und durchaus zutreffend erwidern, es ginge immer, man müsse sich nur dazu entschließen. Ich schlüpfe in einen schwarzen Rock und hochhackige Schuhe. In Gedanken gehe ich meine ellenlange To-Do-Liste durch. Vertrag für Park 77 abschließen. Vergleichsangebote für die Zweitzimmerwohnung im Mayfair einholen. Das alles muss ich noch erledigen, bevor ich die Mädchen heute Vormittag wie versprochen nach Philadelphia bringe. Ich checke meine Mails. »Oh oh, Chong Wang, der Makler aus Peking, hat auf meine Nachricht zu dem Apartment im Plaza reagiert. Er hätte noch Zeit für eine Besichtigung, aber sein Flug gehe am Mittag. Richten Sie es bitte ein. Oh nein, nicht heute, wo ich mir für meine Töchter freigenommen habe. Aber Mr. Wang vertritt meine wichtigsten Kunden. Wenn ich es nicht für ihn einrichte, übernimmt er sicher gerne die Konkurrenz. Wird gemacht, tippe ich zurück. Mein Magen verkrampft sich. Wie soll ich den Mädchen beibringen, dass ich sie doch nicht zur Uni fahren kann? Annie kann den alten Spruch, dass die Arbeit vorgeht, mit Sicherheit nicht mehr hören. Und ich bin ihnen, ehrlich gesagt, auch leid. Aber ich will einen Wettbewerb gewinnen. Noch acht Monate in dieser Tretmühle, dann kehrt wieder etwas mehr Ruhe ein. Als ich meine Schlafzimmertür öffne, begrüßen mich der Duft von Toast und das Geklapper von Geschirr. Ich schaue auf die Uhr. 5.36 Uhr. Kristen hat die Nacht durchgemacht. Mal wieder. Im Flur ergänze ich in Gedanken meine Liste um einen weiteren Punkt. Mit Brian über unsere Tochter reden. In Zeiten wie diesen, wenn die Launen unserer 19-Jährigen so unvorhersehbar wechseln wie die Lieblingslieder auf ihrer Playlist, bin ich froh, dass mein Ex-Mann Arzt ist. Ich nehme die Abkürzung durchs Esszimmer, wo Christens Handtasche auf dem Tisch liegt. Ihr Portemonnaie und ein Päckchen Minzbonbons sind herausgerutscht. Als ich näher hinsehe, entdecke ich einen offensichtlich gefälschten Führerschein auf den Namen einer gewissen Edison. Mit dem Ausweis geht sie als 21 und damit als volljährig durch. Wahrscheinlich war sie gestern in einer Disco und hat Alkohol getrunken. Also wirklich, Kristen! Doch für sowas habe ich jetzt keine Zeit. An der Schwelle zu meiner sonst so makellosen Küche bleibe ich wie angewurzelt stehen. Auf den weißen Marmorflächen herrscht ein wildes Durcheinander von Töpfen und Pfannen, die zwischen Butterverpackungen und Eierschalen stehen. Mehl und Puderzucker zieren den dunklen Holzfußboden. Kristen hat in der Kupferschüssel Sahne geschlagen. Schon von der Tür aus kann ich die weißen Spritzer auf dem Edelstahlherd sehen. Und da steht sie, an der Kücheninsel, immer noch in dem gelben Kleidchen, das sie am Vorabend anhatte. Sie ist barfuß, ihre lilafarbenen Zehennägel blitzen. Auf dem Kopf hat sie den kabellosen Kopfhörer. Während sie Erdnussbutter auf dicke Toastscheiben schmiert, singt sie schief einen Hip-Hop-Song mit. Am liebsten würde ich meine chaotische Tochter gleichzeitig umarmen und erwürgen. Ich komme näher und tippe ihr auf die schmale Schulter. Sie fährt zusammen, dann strahlt sie übers ganze Gesicht. Hey, Mom! Sie reißt sich den Kopfhörer von den Ohren. Lust auf ein leckeres Frühstück? Ihre blauen Augen tanzen. Doch hinter der Fröhlichkeit erkenne ich den glasigen Blick von zu wenig Schlaf. Wieso bist du nicht im Bett, Süße? Hast du gar nicht geschlafen? Kristen hält mir ihre Espressotasse entgegen und zuckt mit den Schultern. Schlaf wird überbewertet. Hey, guck mal, was ich für dich gemacht habe. Ich hole Tiefluft. Ach, wie lieb. Aber ich hoffe, du räumst dieses Durcheinander auch noch auf, bevor ihr los... Ich unterbreche mich, als ich ein handgeschriebenes Schild entdecke, das an den Küchenschränken hängt, befestigt mit braunem Klebeband. Tschüss, Mom. Du wirst uns fehlen. Tausend Küsse. Heute ist unser letzter... ... ... ... ...